Hi, mein Name ist Jerry Elliott. Ich bin Personal Trainer in Köln und spezialisiert auf Schmerztherapie mit Biotim-Training. Hast du konstant Rücken oder Kopfschmerzen, einen starken Nacken oder hast du nach einem Beispiele vor verstärken Schmerzen? Mit Biotim-Training kann ich dir helfen, diese Schmerzen unter Kontrolle zu bekommen. Melde dich gerne bei mir und wir reden darüber. Oh ja, Jerry.